Das ist jetzt die Schatzinsel von FireEvent mit Pau, Crash, Boom, Wow, Zapp und Yair. Jugendsortiment der Kategorie F1, NEM von 32,5 Gramm. Preis und wo gekauft, in der Beschreibung. Machen wir den Anfang mit Pau, sechs Stück Mini-Flower. Vier Stück Yair. Dabei handelt es sich um Crackling-Balls, abgepackte Meteorite. Zapp, drei Stück Crazy Bees. Crash, zwölf Stück Meteorite. Zapp, drei Stück. Zapp, drei Stück. Zwing, twee Stück. Spannende Musik Boom, 50 Stück Knallerbsen und wow, 4 Stück Disco Flash. Da hat der Erste auch schon nicht zünden wollen, Nummer 2 auch nicht. Das war die Schatzinsel von Fire Event. Bis zum nächsten Mal.